Hallo ihr Lieben! Schönen guten Abend! Herzlich Willkommen zu unserem neuen Video zum Türchen Nummer 13. Ja, wir legen los! Ja, 13. Was hast du drin? Die hier. Was ist das? Irgendwie Leer, Hautsverschiegel oder so. Achso. Ich. Brauchen wir jetzt nicht, aber egal. Ich habe die jetzt noch nie genutzt. Diana ist hier. Was hat Leonie da? Ich bin auch hier. Hi. So, wir machen jetzt nächstes auf. Hast du die hier? Ja. So, ich lese jetzt nochmal von gestern die Nummer 12, weil man hat es nicht so ganz verstanden, wie mein Sohn immer leise gelesen hat. So. Beim Waschen wird das Haar von Hautschüppchen befreit, die sich bei der Erneuerung der Kopfhaut bilden. Ja, hier war ja auch Shampoo drin, ja, gestern. Und der Spruch ist cool. Auf jeden Fall spannend. Jetzt kommt die Nummer 13. Ja. So, jetzt lese ich mal hier. Der Dusch. Durchschnittsdeutsche. Duscht in der Regel sechs bis elf Minuten. Was ist das hier? Das ist hier Balea Man Duschgel. Let it snow. Mit erfrischendem Duft. Ja. Es riecht wirklich gut. Es riecht wirklich gut. Ich finde das total süß, die kleinen Süßen. Bist du zufrieden? Ja. Jetzt kommt unser Papa dran. So, jetzt ist der Papa dran. Wird langsam leer und leer und leer hier in der Kiste. Oh. Hä? 21? 23? Hä? 22? Haben wir die 13 jetzt nicht? Doch. Jetzt lassen wir auf. Was zum Sauchen? Leonis. 13? Und zwar gibt's sowas hier beim Teddy. Haben wir gekauft. Bubblegum Style Limonade. Ja. Das musst du auch direkt probieren, damit wir sagen können, ob es schmeckt oder nicht. Oh, der Nikita ist dran. Die ist müde und verschlafen. Hat ein bisschen Nickerchen gemacht. Nach der Schule. Das habe ich ja schon durch gelesen. Ja. Das ist Duschgel, Schatz. Das ist ein Duschgel. Das ist ein Duschgel? Ja, Duschgel. Lies mal. Hier. Bei dir. Und ich bin mega zufrieden. Duschgel. Das ist doch mega cool. Sehr schön. Also, mein Mann sagt, man kann's trinken. Oh, hast du nicht mein Handy? Ich probier auch. Hm. Jetzt schmeckt aber, ich bin der Meinung für Chemie. Also, entweder dann nur kalt, ne? So richtig kalt gehen wir viel. Das ist dieses Bubblegum-Geschmack schon, aber irgendwie so viel. Nein, die ist voll lecker. Echt? Ja, die ist voll geil. Jetzt muss die Leonie noch probieren, aber sie ist gerade schlafen mit Anna. Lecker? Okay, mal so. Wenn's gefällt. Der Geschmackssache. Boa, Arsenie hat meine 13. Mach mal ab. Mach mal auf. Es ist was... Alina macht das immer so fest. Alina macht gut fest, ne? Fest zu. Es ist auf jeden Fall was Weiches drin. Ah, Abschminktücher? Kann sein können anders. Nochmal die Ecke. Ja, es ist... Sag mal, das ist alles zugepackt hier. Das ist Isana 3 in 1 mit Zellenreinigungstücher. Für Augen, Lippen, Gesicht entfernt, wirksam Make-up reinigt. Sanft pflegt die Haut. Trocken und sensible Haut. Ohne Alkohol. Ohne... Ah, nee. Neue Premium-Tuchqualität. Sehr gut. Augenärztlich getestet. Mama, morgen wirst du dich freuen. Das ist eine Maske. Echt? Denkst du? Nach dem Gefühl. Verrate es mir doch nicht. Nach dem Gefühl? Ja, weil... Ja, das ist so ein bisschen gelartig. So komisch irgendwie. Egal. Lass uns überraschen. Also, Dankeschön. Ich freue mich. Mal ausprobieren. Ja, aber ich habe noch nicht ausprobiert. Und ich glaube, bis jetzt hatte ich nur Nivea. Ja. Mal gucken, was so Isana hat. So ihr Lieben, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Unsere Geschenke, die im Kalender sind, die waren super. Wir sind alle zufrieden geblieben. Und ja. Wir freuen uns natürlich auf Türchen Nummer 14, 15 und weiter. Weil es ist ja Weihnachten. Und ja. Vielleicht für morgen eine Überraschung, was da drin ist. Genau. Wir freuen uns alle. Wünschen euch einen schönen Abend weiterhin noch. Bleibt gesund. Lasst uns ein Abo da. Es ist kostenlos und freiwillig. Gerne freuen wir uns über Däumchen nach oben, über eure tolle Kommentare. Ja. Danke, dass ihr da seid. Schönen Abend. Tschüss ihr Lieben. Bis morgen. Tschüss. Te lioness. Untertitelung des ZDF, 2020